Hallo und herzlich willkommen in der Alt-Jekko-Pressebox zum Talk nach dem Spiel. Vor 6.990 Live-Zuschauern endete das Spiel der Löwen Frankfurt gegen die Augsburger Panther mit 4 zu 3 nach Verlängerung. Der Spieltag wurde präsentiert von Frankfurter Neuen Presse. Die MVPs des heutigen Spiels werden präsentiert von Lotto Hessen. Von unseren Gästen ist es Samuel Soramis geworden und bei den Löwen Frankfurt Brad Breitkreuz. Bei mir begrüße ich nun beide Trainer. Wie immer hat der Gästetrainer das erste Recht zum Statement. Mr. Suach-Heiden, Ihr Statement zu dem Spiel, bitte. Okay, danke. Erstens, congratulations, Geri, und für die Frankfurter Team. Ihr habt wirklich das Spiel verdient. Ihr habt eine gute, gute Saison gespielt. Der Trophy ist der Spielplatz. Ich hoffe, dass ihr da gut gemacht habt. Ich glaube, es war ein guter Spiel. Es war ein guter Spiel. Es war ein guter Hockey-Games. Und, ehrlich gesagt, wenn ihr die ganze Spiel denkt, die einzige Zeit im Spiel war, war die ersten 10 Minuten der 3. Jahrhundert. Dann war es viel besser. Wir konnten nicht rauskommen, aber wir haben das geschafft. Es war ein guter Hockey-Games. Ich muss mich wirklich auf meine Spieler und meine Spieler geben geben, weil wir wissen, dass wir eine lange Zeit nicht gehen müssen. Das ist unser Platz, der 2. und 3. Jahrhundert. Aber sie haben immer noch die Pro-Games gespielt. Und heute haben sie eine gute Hockey-Games gespielt. Das war ein guter Hockey-Games. Ja, ein paar Dinge passiert. Okay, von meiner Klasse. War das ein Penalty? End der Overtime? Wie sehe ich, dass es nicht war? Aber vielleicht war es, weil die Referee haben sie gespielt. Aber es ist noch nicht mehr wichtig. Aber wie ich gesagt habe, Herzlichen Glückwunsch für die Frankfurter Unterricht. Das war unsere Saison. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Jerry. Gibt es Fragen der Presse? So ist das nicht der Fall. Das nächste Spiel ist jetzt der Löwen Frankfurt am Freitag. Das nächste Heimspiel gegen die Düsseldorfer EG. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Safe trip home. And see you next time, Jerry. Thank you very much. Auf Wiedersehen. erang rot erang rot erang rot in der